So, jetzt schauen wir unseren Husten. Wir haben ein Problem, Aluminium-Relle existiert. Uiuiui, wie schön der ist. Wir sind fertig, da braucht man gar nichts mehr machen. Einfach rausziehen, auf Klappe und dann durch. Das aber nicht, ich glaube nicht. Einspulten nicht rund um den Dom. Ja, dann sollen alle mit ihm relaxen. So. So.